Ich wollte erstmal eine Geschichte kurz zusammenfassen. Der Prophet Frieden und Segen auf ihm hat eine Geschichte erzählt von einem König. Und dieser König hatte einen Zauberer, einen Magier. Und als dieser Magier älter geworden ist, wollte er einen Jungen haben, dem er etwas beibringt. Er wollte einen Jungen haben, weil ein Junge, ein junger Mensch besser lernt als ein älterer Mensch. Und er wollte diesen jungen Menschen in die Magie einführen. Und auf dem Weg zu diesem Magier hat dieser junge Mensch einen Mönch getroffen. Und dieser Mönch, die Lehre des Mönchs, dieses Geistlichen sozusagen, oder dessen, der von der Religion erzählt hat, hat dem Jungen besser gefallen als das, was der Magier erzählt hat. Und eines Tages kam es zu einer Begebenheit, wo dieser Junge Menschen gerettet hat, vor allem ein Untier. Er hat etwas geworfen und dieses Tier ist gestorben. Er hat dadurch die Menschen gerettet. Und später ist es soweit gekommen, dass der König sozusagen, ich fasse das nur kurz zusammen, in diesem Jungen eine Konkurrenz sah, weil er sich Gott genähert hat und bestimmte Wunder wirken konnte. Und er hat daraufhin befohlen, wie gesagt, die Geschichte ist etwas länger, ich fasse es ganz kurz zusammen. Er hat daraufhin befohlen, dass dieser Junge getötet wird und hat gesagt zu Leuten, zu seinen Soldaten, sie sollen mit dem Jungen auf einen Berg hochgehen und sollen diesen Jungen, weil der Junge gesagt hat, diese Kraft kommt von Allah. Mein Gott bist nicht du, König. Mein Gott ist Gott, der allmächtige Gott, nicht Allah. Nicht du. Also, da deswegen wollte er ihn töten, weil er zu etwas anderem aufgerufen hat. Er hat dazu aufgerufen hat, dass Gott die absolute Macht hat. Dass Gott derjenige ist, dem man folgen muss. Und das ist etwas, was auch heute den Leuten nicht gefällt. Weil wir die totale Souveränität Gott zuschreiben in allem. Und das ist das, was Leuten nicht gefällt. Aber, wie gesagt, die können weiter Saltos schlagen und rumspringen, die Rumpelstilzchen. Argumentativ können sie da so richtig gegen uns ankommen. Jedenfalls, er wollte den Jungen umbringen. Und dieser Junge ist dann auf den Berg gebracht worden. Und diese Leute wollten ihn runterschmeißen. Dann hat er Dua zu Allah gemacht. Allahumma akfi nih bi mashetta. Das heißt, genüge mir ihnen gegenüber mit dem, was du willst. Und diese Leute sind den Berg runtergefallen. Und er kam in Seelenrüge den Berg wieder runter. Und dann hat er wieder Soldaten genommen und hat sie auf das Meer geschickt. Und hat gesagt, sie sollen ihn ins Meer reinwerfen. Aber er wollte weiter zu Gott rufen. Zu seiner Botschaft rufen. Und dann, als sie auf dem Meer waren, hat er gesagt, sie wollten ihn aus dem Boot rauswerfen, dass er ertrinkt, hat er wieder Dua gemacht. Allahumma akfi nih bi mashetta. Das heißt, oh Allah, genüge mir ihnen gegenüber mit dem, was du willst. Und was ist passiert? Die sind rausgefallen aus dem Boot. Er sind ertrunken. Also die sind ertrunken. Daraufhin hat der Junge zu dem König gesagt, König, wenn du mich loswerden willst, habt ihr noch was zu trinken, Bruder? Dann hat er zu dem König gesagt, wenn du mich loswerden willst, ich gebe dir einen Tipp. Versammel alle Menschen an einen Ort und dann schießt du einen Pfeil auf mich und du sagst im Namen Allahs des Gottes von diesem Jungen. Er hat die ganzen Leute aufgerufen, die sind alle gekommen. Und er hat das gemacht und der Junge ist gestorben. Dadurch, dass er gestorben ist, haben alle an Allah geglaubt. Das heißt, er wollte erstmal, dass alle kommen, dass alle was hören. Und er war bereit, sein Leben dafür zu opfern. Und das ist derjenige, der für diese Botschaft steht. Der muss bereit sein, sein Leben zu opfern. Ich rede nicht von Selbstwollanschlägen, sondern ich rede davon, dass es Leute geben wird, die gegen ihn sein werden. Und deswegen, Brüder und Schwester, der Erfolg liegt nicht darin, wenn man dich in Ruhe lässt. Viele Moscheegemeinden, viele Leute denken, wenn der Feind des Islam mit dir zufrieden ist, dann ist das gut. Und der Prophet Frieden und Segel auf ihn, solange er in der Höhle war und Gott alleine angebetet hat, der Prophet Frieden und Segel mit ihm hatte niemals in seinem Leben jemand anderen außer Allah angebetet. Aber die ganze Zeit, wo er das getan hat, hat das keinen gestört. Aber als er gesagt hat, das, was ihr tut, ist falsch, eure Anbetung ist falsch, es ist nur richtig, Allah zu folgen. Denn in diesem Moment haben sie ihn bekämpft. Deswegen denke nicht, dass wenn sie dich in Ruhe lassen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ihr seht es, wir reden gegen Terrorismus und die ganzen, und keiner wird so angefeindet wie wir. Ihr müsst das wissen. Viele Moscheegemeinden denken, wir wollen in Ruhe leben. Achim, wenn du die Brüder und Schwester, wenn du die Botschaft trägst, wirst du nicht in Ruhe leben. Sondern dieser Mann, was war der bereit? Der war bereit zu sterben. Und danach, was ist passiert? Durch sein Bewusstsein. Und er hat gesagt, ruf alle Menschen. Weil er wollte, dass alle Menschen was hören. Nicht wie heute bei uns in den Moscheen. Wo man sagt, nein, wir wollen unter uns bleiben. Nur nicht zu laut sein, damit es keiner hört. Nur nicht wieder Vogel einladen. Da könnte das Aufmerksamkeit erringen. Nein! Wir wollen, dass alle Häuser das hören. Deswegen sind wir auf der Straße. Und dieser Junge, als er gestorben ist, und er gesagt hat, im Namen Allahs, des Gottes von diesem Jungen, haben alle, die das gesehen haben, an Allah geglaubt. Und daraufhin hat der König angefangen, einen Graben zu buddeln, buddeln zu lassen, wo Feuer reingeschmissen wird. Und er hat alle dazu gezwungen, den Glauben aufzugeben. Ansonsten wären sie ihm das Feuer geschmissen. Was haben sie gemacht? Sie sind alle verbrannt worden. Alle. Und eine Mutter stand dort mit ihrem Kind vor dem Graben. Und da gab es ein Wunder, dass das Kind zur Mutter gesagt hat, habe Geduld. Und ist verbrannt worden. Allah sagt darüber, In Sunat al-Buruj, war ich diejenigen, die die Gläubigen der Versuchung ausgesetzt haben. Was war die Versuchung? Entweder ihr gibt den Glauben auf, oder ihr werdet verbrannt. Und dann keine Tauber machen. So werden sie die Strafe der Hölle und die Strafe der Verbrennung bekommen. Im Jenseits. Und dann sagt er, Allah sagt dann, die, die glauben, das heißt, die, die da verbrannt worden sind, ja, was sagt er? Die werden das Paradies bekommen, unter dem Bäsche verfließen. Und dann sagt er, dies ist der große Erfolg. Das heißt, der Erfolg war nicht, dass sie gemütlich gelebt haben. Der Erfolg war, dass sie verbrannt worden sind. Der Erfolg war, dass sie verbrannt worden sind. Und deswegen, Brüder und Schwester, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier das, was ich mache, mache. Leute, aber die Dauerbombe, die ist sowieso schon hochgegangen. Die ist da. Die Botschaft haben wir überbracht. Das ist jetzt eure Aufgabe. Vielleicht kann ich morgen nichts mehr machen. Aber die Botschaft ist überall. Ich sage euch, wenn ihr heute nach Hause geht, nehmt, ladet unsere ganzen Vorträge runter, die Vorträge für Nichtmuslime, und ladet die runter. Vielleicht will man die irgendwann wegmachen. Vielleicht will man die irgendwann verbieten. Dann sind die bei euch.